Der skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zum 270. Mal bei Hoaxzilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir die wunderbare Hoaxminister, Alexa. Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Hoaxzilla. Und bei mir ist natürlich wie immer zum Glück der wunderbare Alexander Hoaxmaster. Und man hat schon gelesen, gibt es denn nur noch Wildbike-Specials und irgendwie werden wir so ein bisschen müde darüber zu reden. Nein, es gibt zwei Folgen Hoaxzilla jeden Monat und es gibt dann eine wahllose Anzahl von Specials, die wir noch aufarbeiten. Und tatsächlich bekommen wir sehr, sehr viele Zuschriften. Und aus all dem, was wir in den letzten Monaten an Zuschriften bekommen haben, haben wir den Schluss gezogen, dass es Sinn macht, die Specials und die normalen Folgen in einer Podcast-Feed-Datei zu belassen, das nicht zu trennen. Und das Schöne an Podcasts ist ja, dass man auch Folgen überspringen kann. Und auf dem Monat Februar blickend können wir jetzt schon mal ein bisschen vorab teasern, weil die Aussage war, ihr macht nur noch eine Folge, wo ihr beide was macht und dann ist immer ein Gast dabei. Im Februar ist das auch nicht so. Da haben wir nämlich zwei Folgen, wo nur wir dabei sind. Und dann gibt es wieder Leute, die sagen, lade doch mal mehr Gäste ein. Also ihr merkt schon, vielen Dank für euer Feedback. Wir lesen das alles, was ihr uns immer mal wieder schickt. Und dann machen wir doch das, was wir wollen. Ja, ich glaube, wir können am besten das machen, was wir wollen und versuchen dann, dass ihr euch immer wieder das rauspicken könnt, was euch begeistert. Weil es ist ja nicht nur zeitsouverän, sondern auch selektiv unter Umständen, wenn man das will. Aber ich kenne das. Ich bin ja auch so einer, wenn ich mal was anfange zu hören, muss ich ja von der ersten Folge anfangen. Ich bin ja auch so jemand, der das dann komplett haben muss. Wir verquasseln uns schon wieder, ne? Nee, ich könnte jetzt noch Stunden. Ich könnte auch sagen, was für YouTube-Channels, wie wir das da machen. Ob selektiv oder alles, von A bis Z oder von vorne nach hinten oder von hinten nach vorne. Das Format heißt Podcasting. Wir machen jetzt einfach mal weiter. Die Story der Woche In vergangenen Zeiten, als Flugreisen für Privatpersonen noch etwas Besonderes waren und sozusagen die Flugreisen eine junge Disziplin waren, gab es verschiedene Ideen, wie man so Werbestrategien entwickeln konnte, um den Leuten auch zu zeigen, dass Fliegen sicher ist und dass man ganz normale Urlaubsreisen auch mit dem Flugzeug machen kann. In den USA ist man dann auf die Idee gekommen, dass man sozusagen den Herren der Schöpfung vorschlägt, dass sie ihre Ehefrauen umsonst mitnehmen können auf solche Reisen. Das heißt also, man macht dann das Angebot Flugreisen für den Herren, Kosten ein bisschen was, aber die Ehefrau darf dann umsonst mitfliegen. Gesagt, getan. Das haben einige Airlines umgesetzt und haben dann natürlich auch nachgehalten, wer dieses Angebot angenommen hat und haben dann hinterher, klar, wie man das so macht im Marketing, eine Kundenbefragung durchgeführt und haben dann die Ehefrauen angeschrieben und gefragt, ob ihnen denn diese Flugreise Spaß gemacht hätte und von 90 Prozent der antwortenden Ehefrauen kam dann ein entrüstetes zurück, ein entrüstetes, welche Flugreise zurück und leider legte diese Antwort, diese Unkenntnis des Angebots nahe, dass die Herren der Schöpfung nicht unbedingt ihre Ehefrauen mitgenommen haben, sondern andere Frauen. Wenn die Geschichte denn stimmt. Wenn die Geschichte denn stimmt. Sie wirkt zumindest schon mal sehr plausibel und wer sich an diese Zeit der Flugreisen erinnern möchte, es gibt ja bei den öffentlich-rechtlichen Sendern inzwischen so ein historisches Archiv, was man in den Mediatheken finden kann und da haben wir uns vor einiger Zeit, man hat ja dann irgendwann im Lockdown manchmal auch ein bisschen mehr Zeit als sonst, haben wir uns mal alte Beiträge zum Hamburger Flughafen in dem Fall mal angeschaut, die sowohl vom Reportagestil als auch vom Inhalt sehr speziell sind. Ja, also vielleicht guckt ihr euch das mal an, diese Zeit der Flugreisen, wobei ja auch aktuell zumindest im Jahr 2021 im Frühjahr Flugreisen jetzt auch wieder etwas Besonderes sind. Ja gut, also wir finden mal raus am Ende der Sendung, ob das der Fall ist. Ich habe noch eine schöne andere Anekdote, die ich dann bei der Auflösung nochmal erzählen kann. Thema der Woche Das Thema der heutigen Sendung, die tragische Geschichte von Bridget Cleary, ist so ein Fall, wo Alexa sagt, das liegt hier noch so in der Bundeslade rum, lass uns das mal machen. Und wenn man sich dann mit dem Thema beschäftigt und wenn ich sage, Mann, meine ich mich, stellt man irgendwann fest, dass das so ein absolut klassisches Huxilla-Thema ist, was wir eigentlich schon vor elf Jahren hätten behandeln können. Warum? Weil in dieser Folge im Grunde genommen alles zusammenkommt, was uns so ausmacht. So frech bin ich mal, das zu behaupten. Wir haben psychologische Aspekte, wir haben Aspekte aus der Hirnforschung, die da hineinspielen, wir haben Aspekte aus der Volkskunde, aus der Sagenforschung, die hineinspielen, wir haben eine politische Komponente, der wir uns immer mehr gewidmet haben und wir haben ganz, ja, auch wenn man das verneinen möchte, so ein Horrorelement einfach da auch noch drin, wo es um die Abgründe von menschlichen Handeln im Grunde genommen geht. Und all das zusammengepackt in einer Folge, wo man sich dann auch immer wieder fragt, wenn ich sage, Mann, meine ich mich, wie viele dieser Themen werden wir noch entdecken? Und das zeigt, nach 270 Folgen gibt es immer noch Themen, die genau in das Grundkonzept von Huxilla reinpassen. Und es wird wahrscheinlich noch in zehn Jahren immer noch weitere solcher Themen geben, die wir aufarbeiten. Und es ist immer wieder schön, wenn ihr uns idealerweise, ich sage das immer wieder per E-Mail, das schickt so links auf Instagram, Facebook, Twitter oder sonst wo, die gehen dann auch mal schnell verloren, je nachdem, wie groß die Wellen an solchen Nachrichten bei uns sind. Also insofern, wenn ihr einen Themenvorschlag an uns richten wollt, idealerweise einfach per Mail, kann auch einfach nur ein Link, hallo, hier ein Themenvorschlag, das können wir besser archivieren und verarbeiten als aus den ganzen verschiedenen sozialen Netzwerken. Also, worum geht's? Es geht um die Geschichte von Bridget Cleary. Genau, soweit waren wir schon und wir begeben uns nach Ballyvatlea im County Tipperary. Ich bin so froh, dass du das gesagt hast. Ich werde das in dieser Folge nicht einmal sagen. Ich werde sagen, eine Geschichte in Irland. Ich möchte das jetzt schon anmelden. Oh wei, oh wei. Ja, okay. Und das Jahr ist 1895. Das Ehepaar Cleary lebt zusammen mit dem Vater von Bridget, Patrick Boland, in einem Haus, was speziell für Arbeiter sozusagen zur Verfügung gestellt wurde. Das Ehepaar ist trotz achtjähriger Ehe kinderlos. Das sagt übrigens was über die Zeit aus, dass man in allen zeitgenössischen Berichten diesen Hinweis bekommt. Also das ist offensichtlich ungewöhnlich, dass ein Ehepaar acht Jahre verheiratet ist zur damaligen Zeit und kein Kind bekommt. Immer wieder wird darauf hingewiesen. Da hat sich ja heute auch ein bisschen was verändert. Ja, also da kennt man natürlich nicht die Hintergründe dieser Kinderlosigkeit. Ich glaube, das ist aber auch nicht der ganz entscheidende Faktor in dieser Geschichte. Aber natürlich interessant, worauf du hingewiesen hast. Michael Cleary ist Böttcher von Beruf, also ein Fassbinder, macht Fässer. Und interessant ist, dass Bridget Cleary eine ziemlich eigenständige junge Frau ist. Zum Zeitpunkt der tragischen Ereignisse ist sie 26. Sie ist nicht nur eine Näherin mit einer eigenen, und das ist wirklich was Besonderes, mit einer eigenen Nähmaschine der Firma Singer. Also sozusagen top-notch, was Arbeitsgerät angeht. Und ihre Kreationen, also sowohl Kleider als auch, sagt man, Hüte, die sie gemacht hat, sind sehr beliebt. Also das hat ihr schon mal einen gewissen Ruf verschafft. Und sie hat ein kleines Geschäft und hält sich Hühner und verkauft die Eier, was weniger ungewöhnlich ist für die Frauen im ländlichen Irland in dieser Zeit. Sie ist, so wird es beschrieben, sehr, sehr beliebt bei Familie und bei Nachbarn. Also sie ist nicht schlecht angesehen, es spricht eigentlich jeder nur positiv von ihr. Bisweilen wird auch ihre physische Schönheit gelobt oder sozusagen bemerkt. Also sie war eine gut aussehende junge Frau, selbstbewusst, geschäftstüchtig. Und es gab auch eine Zeit in der Ehe, in der die beiden gar nicht zusammen gewohnt haben, weil Michael Cleary anderswo sozusagen gearbeitet hat. Und nach der Hochzeit ist Bridget dann erstmal wieder zu den Eltern zurückgezogen. Das heißt, die beiden waren auch räumlich getrennt. Und dann, wie gesagt, sind sie eben in dieses Laborer-Home zusammen mit dem Vater gezogen. Das war schon so, dass die beiden, dass die Clearies relativ gut gestellt waren. Also da ging es vielen in der Umgebung, vielen Nachbarn wesentlich schlechter. Genau, sie hat ja nicht nur, sagen wir mal, Mode geschaffen und die Eier verkauft, sondern auch noch Änderungsarbeiten vorgenommen hat. Und das tatsächlich hat sie zu einem wohlhabenden Ehepaar gemacht. Und zunehmend verschob sich das Einkommen der Familie mehr in Richtung Bridget als zu ihrem Mann, der als Böttcher für einen Betrieb zugearbeitet hat. Also so quasi Scheinselbstständigkeit würde man da heute zu sagen. Also er hat halt Fässer hergestellt für einen einzigen Betrieb und konnte davon ganz gut leben, aber eben nicht reich sein. Und das, was seine Frau zusätzlich verdient hat, hat dazu geführt, dass die Familie am Ort als wohlhabend galt. Trotz der Selbstständigkeit von Bridget Cleary scheint es aber nicht so gewesen zu sein, dass jetzt großartig Gerüchte von irgendwelchen Konflikten die Runde gemacht hätten. Also es wird schon beschrieben, dass die beiden ganz gut miteinander umgegangen seien, dass Michael Cleary auch irgendwie so ein ganz guter Ehemann gewesen ist. Wobei dann hinterher schon so die Aussage auch auftauchte, dass in seinen Augen so etwas Wildes gelegen hätte. Aber das war dann schon zur Zeit, als der Prozess, dessen Grund wir gleich beschreiben, genau Prozess, Achtung, geführt wurde. Und ja, es ist natürlich auch vor diesem Hintergrund gemacht worden, diese Aussage. Also Nahverwandte, die dort ein- und ausgingen beim Ehepaar, glaube ich, die Aussage war, ich habe nie einen Streit zwischen den beiden oder bösen Worte gehört, was so eine Nahverwandte berichtet hat. Wir kommen jetzt zu einem Ereignis dann im Jahr 1895, wo Bridget krank wurde. Hier ist es nicht ganz klar, woran sie erkrankt ist. Also es wird berichtet, dass sie, nachdem sie mal wieder Eier verkauft hat an den Eiermann. Genau und dazu muss man vielleicht auch noch ergänzen, dass das auch durchaus üblich war, dass so ein Eiermann von den Frauen der Umgebung sozusagen die Eier alle eingesammelt hat und dann sozusagen weiter verfrachtet hat. Und dazu mussten die Frauen, die so ein bisschen weiter ab vom Schuss wohnten, zur Hauptstraße pilgern. Und das hat Bridget Cleary getan. Und das Ganze hat noch zu tun mit, da kommen wir jetzt schon wieder in den Bereich des Aberglaubens, mit einer lokalen Gegebenheit dort, weil das Ganze nämlich sich abgespielt hat in der Nähe von sogenannten Ferry Rings oder einem Ferry Fort. Und das war im Prinzip nichts anderes als ein Ringwald, den man als archäologische Städte sozusagen, ich würde jetzt sagen früh bis hoch Mittelalter, also sagt man so 500 bis 1000 ungefähr, sozusagen sichtbar war in der Landschaft und von den, wir finden uns hier in einer katholischen Gemeinde, von den Menschen dort auf dem Land als ja ein Platz der Feen betrachtet wurde. Also vielleicht sogar, wenn der Aberglaube sich sehr festgesetzt hatte als eine Art Portal, wo also die Feen umgehen und eventuell auch ein Portal in die Feenwelt existiert. Also Eiermann haben wir jetzt gerade erklärt, klingt ein bisschen lustig, aber also tatsächlich in meiner Jugend, wenn ich da nochmal daraus erzählen darf, gab es auch einen Eiermann, da war es aber umgedreht. Wir haben tatsächlich unsere Eier immer von einem Lieferanten bekommen, der einmal im Monat, glaube ich, bei uns vorbeikam. Der hatte dann immer so eine Palette mit Hühnereiern und der hat uns dann immer angefahren, das weiß ich auch noch. Genau, aber ich, I digress, interessant fand ich diesen Feenring, den habe ich immer vor Augen als im Grunde genommen, wo Pilze im Kreis wachsen. Das gibt es ja durchaus auch, diesen Aberglaube. Aber hier tatsächlich, wie du schon gesagt hast, eine archäologische Gegebenheit, das heißt also nicht, was per Zufall ungewöhnlich in der Natur ist, sondern etwas, was quasi seit Gründung der Siedlung vorhanden war. Und trotzdem war man davon ausgegangen, hier handelt es sich um einen magischen Ort. Das kann man ja nochmal einmal unterstreichen. Also wenn ich mir das vorstelle, so ein Ringwall, der wirklich so als ringförmiger Erdhügel in der Landschaft erkennbar ist, das ist ja auch was Besonderes. Das ist ja eine markante Stätte, auf jeden Fall. Ja, und sie kam dann eben also zurück, weil sie auf den Eiermann gewartet hatte. Wetter war wohl nicht ganz so gut. Und es ist tatsächlich etwas unklar, was jetzt entweder an den Überlieferungen liegt oder aber auch in der Tatsache, dass die damalige Medizin nicht so ist, wie sie denn heute dann auch ist. Ob sie am Ende an einer Bronchitis dann erkrankte, eventuell sogar eine Lungenentzündung hatte oder sogar unter Umständen an Typhus litt. Also das ist nicht ganz klar. Je nachdem, wo man liest und wo man hinschaut, wird darüber spekuliert. Es ist aber auch im Grunde genommen wurscht, kann man erstmal sagen, was es war. Aber was also Fakt ist, ist, dass Bridget Cleary erkrankte. Also ein Husten ist definitiv überliefert, dass sie den haben. Ja, genau. Also irgendwas mit der Lunge auf jeden Fall. Atemwegserkrankung. Genau. Und man machte sich auch Sorgen. Und man versuchte dann auch eben den Arzt am Ort zu bekommen, der dann auch nicht sofort kam. Auch da gibt es so unterschiedliche Darstellungen, woran das gelegen haben mag. Und es ist sogar im späteren Verlauf so weit gekommen, dass wohl auch ein Priester gerufen wurde. Und man hat, weil das Fieber wohl hoch war, zur Sicherheit schon mal die letzte Ölung ihr gegeben. Einfach aus Vorsichtsgründen. Weil erzkatholisch, man wollte nicht riskieren, dass jemand verstirbt, ohne dass er sie erhalten hat. Wobei das auch gar nicht so heißt. Das haben wir auch schon mal gelernt, dass die letzte Ölung gar nicht letzte Ölung heißt, sondern anders heißt. Das könnt ihr gerne mal unter die Sendung kommentieren. Ich weiß, dass es einen anderen Begriff dafür gibt, der deutlich eleganter ist. Letzte Ölung wird gar nicht mehr benutzt. Sterbesakrament, glaube ich, sagt man. Wurscht. Also sie war krank. Und das ist natürlich etwas, was eine Familiensituation belastet. Natürlich, völlig klar. Vielleicht sollten wir noch, was den Arzt angeht, erwähnen, dass der sozusagen eine Medizin dargelassen hat. Es war ja, also wir haben da schon in anderen Sendungen und auch in den Ferngesprächen darüber gesprochen, dass die Medizin zu der Zeit wenig mehr war als ein Mittel, von dem man mehr oder weniger dachte, es hilft, verabreichen und dann auf den natürlichen Fortgang der Krankheit warten, die entweder einen guten Verlauf nimmt oder einen schlechten. Auf jeden Fall war der Arzt, so heißt es, nicht besonders besorgt. Also er hat gesagt, sie hat Husten, meinetwegen Bronchitis, ich lasse das Mittel da, das soll sie immer nehmen. Und ansonsten wird es ihr in ein paar Tagen mit ein bisschen Ruhe wieder gut gehen. Das war so der Tenor. Ja, das stimmt. Ja, und dann begann in Michael Cleary ein Zweifel aufzukeimen, nämlich der Zweifel, ob es sich überhaupt noch um seine Ehefrau handelt, die da bei ihm im Bett liegt und krank ist. Und er kam dann irgendwann zu dem Schluss, offensichtlich, so wird es dann auch in den Unterlagen der Gerichtsverhandlungen später berichtet, dass es sich bei seiner Frau, die jetzt krank bei ihm im Bett lag, um einen Wechselbalk gehandelt hat. Genau. In dieser ganzen Geschichte mit den Fairies und dem Changeling, also die Geschichte mit dem Wechselbalk, spielte wohl ein Nachbar, John Donne, noch eine Rolle, der ein, ich muss das nachgucken, wie es sich sozusagen aussprechen lässt, ein Saneci oder Saneci gewesen ist. Das heißt also jemand, der im Prinzip die Volksweisheiten tradiert, also jemand, der mündliches Wissen bewahrt und weitergibt und jemand, der sich auch mit allem, was mit Feen zu tun hat, wohl sehr, sehr gut auskannte. Und der hat eben diese Wechselbalk-Geschichte noch mehr aufs Tableau gebracht, als Michael Cleary eventuell eh schon auf dem Schirm hatte. Und es ist dann auch ein, ja, ich will jetzt nicht sagen Zauberdoktor, aber jemand, der eben sich mit diesen volksmedizinischen Anti-Feen-Mitteln auskannte, konsultiert worden, der dann auch noch ein Mittel beigesteuert hat, was nicht viel mit dem zu tun hatte, was der Arzt an Medizin dagelassen hat. Also auch das hat man versucht auszuschöpfen und dann eben sozusagen die Konfrontation mit dem Wechselbalk gesucht und eben versucht, dieses Wechselbalk auszutreiben und die echte Bridget Cleary wieder zu bekommen. Ich glaube, hier wäre jetzt mal der Punkt, Alexa, dass du unseren Hörerinnen und Hörerinnen, Hörerinnen, mein Gott, unseren Hörerinnen und Hörern oder unseren Hörenden, so wollte ich es gesagt haben, mal erklärst, was ein Wechselbalk eigentlich genau ist und warum man da was austreiben muss und was das eventuell mit diesem Fairy-Kreis zu tun hat. Also im Volksglauben ist ein Wechselbalk eine ausgetauschte Person. Sehr, sehr oft bezieht sich dieser Aberglaube oder beziehen sich die Sagen in dem Zusammenhang auf kleine Kinder. Das heißt also, dass dämonische Mächte, wenn wir uns schon im Kontext der Kirche befinden oder eben Feen oder Trolle oder wie auch immer, das echte Baby in dem Fall entführt haben, etwas dargelassen haben an dessen Stelle. Also quasi ein Kind aus dem Reich der Feen. Und es gibt bestimmte Erkennungszeichen, an denen man also sehen kann, dass das echte Kind entführt wurde und ein Wechselbalk an seine Stelle getreten ist. Die können sehr, sehr unterschiedlich sein. Also entweder es ist ein Kind, das sehr, sehr gefräßig ist und sehr viel weint, was ja irgendwie für Babys nicht so furchtbar ungewöhnlich ist. Oder die Gesichtszüge verändern sich. Das kann verschiedene Gründe haben. Also es wird oft gesagt, dass der Körper sozusagen der eines Babys ist, aber das Gesicht ist das eines Kreises. Traurigerweise gibt es tatsächlich auch echte Krankheiten, die dann als Erscheinungsbild eines Wechselbalks umgedeutet werden. Zum Beispiel den Wasserkopf. Das heißt also, wenn der Kopf sehr, sehr groß ist. Das sind so Anzeichen. Das heißt also, in dem Kontext befinden wir uns. Es gibt auch ab und zu mal Fälle, in denen angeblich Erwachsene entführt und ausgetauscht wurden. So einen Fall haben wir hier in Irland. Gab es den Aberglauben, dass anstelle dieser entführten Person ein Stück Holz dargelassen wird. Und dieses Stück Holz nimmt dann das Erscheinungsbild der entführten Person an. Und hier häufiger Frauen als Männer. Ja, und ganz, ganz oft ist es so, dass es gerade Frauen sind, die sich in einer verletzlichen Phase befinden. Also junge Mütter oder junge Bräute. Gut, das war jetzt bei Bridget Cleary beides nicht der Fall. Die waren ja schon eine Weile verheiratet und sie ist auch nicht gerade Mutter geworden. Aber junge Frauen waren sicherlich öfter sozusagen in Gefahr ausgetauscht und entführt zu werden als Männer. Und dann war die Konsequenz, dass die echte Person ins Feenreich entführt wurde und es gab gewisse Regeln, unter denen man die Person zurückbekommen konnte. Ja. Ich will vielleicht nochmal ganz kurz darauf eingehen, dass wir hier bei den Wechselbälgern auch natürlich ganz natürliche Veränderungen haben, die ungedeutet sind. Also Kinder können ja zum Beispiel anfangen zu schreien, wenn sie die Zähne kriegen. Und vorher haben sie ganz ruhig geschlafen. Das wäre so eine Situation. Wir haben auch andere Erkrankungen als den Wasserkopf. Epilepsie zum Beispiel wird auch häufig dann dem zugeschrieben, dass das Kind ausgetauscht worden ist. Rachitis. Und ein Wechselbalt ist Rachitis. Und da sehen wir auch schon, dass so Sachen wie Epilepsie in diesem Kontext zu einem Wechselbalk umgedeutet werden. Und wir erleben ja in der Geschichte auch immer wieder Situationen, wo das dann mit einer dämonischen Besessenheit gleichgesetzt wird, wenn jemand Epilepsie hat. Ja, dann noch deutlich früher in der Historie. Also so sieht man schon, dass die Menschen immer versucht haben, so übernatürliche Erklärungen für Verhaltensänderungen zu geben. Und dass natürlich eine Mutter, die gerade Mutter geworden ist, unter Umständen auch eine Wesensveränderung hat. Da gibt es die Kindbeerdepressionen, all diese Dinge, die da auftreten. Auch das sind natürlich Aspekte, wo man das veränderte Verhalten ohne Wissen von psychischen Erkrankungen oder psychischen Ursachen von Verhaltensänderungen dann eben diese übernatürlichen Wechselbäge als Erklärungsmodell herangezogen hat. Und daran auch wirklich glaubte zum Teil im Volksglauben. Also wir haben hier einen Fall, wo nicht nur eine Person, nämlich der Ehemann Michael Cleary, sondern die verschiedensten Personen, also bis zu 10, 13 Personen im Umfeld dieses Verbrechens, auf das wir jetzt zu sprechen kommen, beteiligt sind. Und die alle mehr oder minder ja entweder diesem abergläubischen Treiben zugesehen haben oder es sogar mitveranstaltet haben. Und das ist wirklich ein sehr, sehr ungewöhnliches Ereignis. Und dementsprechend hat der Fall Bridget Cleary, Michael Cleary auch hohe Wellen geschlagen hinterher, vor den Gerichten natürlich, aber auch in der Presse und in der zeitgenössischen Öffentlichkeit. Und eigentlich sogar bis heute aus historischer Sicht sehr, sehr interessant. Was hier auch sehr offenkundig und sehr spannend ist, ist die Vermischung zwischen diesen älteren traditionellen Vorstellungen eben vom Feenreich und von Wechselbelgern mit dem katholischen Glauben. Oder sagen wir mal so besser mit dem katholischen Volksglauben oder der Volksfrömmigkeit, weil das relativ wenig mit dem Dogma der Kirche zu tun hatte. und auch der Priester zum Beispiel, der da die Sterbesekramente gegeben hat, ja entweder vorgegeben hat oder so getan hat, er wisse von nix, was da in dem Haus Cleary vor sich geht oder es geduldet hat oder wie auch immer. Aber auf jeden Fall hat er sich nicht aktiv beteiligt. Also es ist nicht so, dass die Kirche gesagt hätte, wir müssen jetzt irgendwie was gegen die Feen unternehmen. überhaupt gar nicht, sondern das waren die Verwandten und Bekannten von den Clearies. Der Priester hat hinterher zum Protokoll gegeben, dass er ja mehrfach mit Budget Cleary auch gesprochen hat und dass er sie immer bei, ich glaube, die Formulierung ist, wenn man es so aufs Deutsche übersetzt, gesunden Verstand, hellen Geiste erlebt hat. Klarem Geiste. Oder klarem Geiste. Und ihm niemals von Misshandlungen oder schlimmen Dingen berichtet hat. So wird der Priester dann hinterher zitiert, den man auch gehört hat im Gerichtsverfahren. Also entweder hat er nichts mitgekriegt oder er wollte nichts mitkriegen, so wie du gerade schon gesagt hast. Was jetzt Michael Cleary und Patrick Boland, der Vater von Bridget Cleary und einige andere, ich werde jetzt hier nicht anfangen, Namen aufzuzählen, weil die garantiert sich kaum einer merken kann und dann hinterher eh am besten nochmal nachliest. Was die jetzt versucht haben, war diesem angeblichen Wechselbalk mit einer Mischung aus katholischen Anrufungen und traditionellen Antifeenmitteln beizukommen. Man hat sie mit Kräutern versucht zu behandeln. Man hat sie entweder überkippt mit Urin oder versucht sogar das einzuflößen. Hühnerexkremente waren beteiligt an dieser ganzen Geschichte und man hat auch versucht, sie über Feuer zu halten, weil man davon ausging, dass sich der Wechselbalk, also dieses Feenwesen, dann erschreckt und sich verdünnisiert und dann eben Bridget Cleary wiederkommt. In dem Augenblick, wo sozusagen das Feenwesen weg ist, sollte Bridget Cleary auf einem weißen Pferd sozusagen wieder kommen und dann musste der Mann, so sah es die traditionelle Vorstellung vor, mit einem Eisenmesser, weil Eisen hilft ja auch gegen Feen, die Seile zerschneiden, die sie auf dem Pferd halten und dann käme sie also zurück, die echte Bridget Cleary. Das ist natürlich für eine Person, die krank ist, die fürchterliche Angst hat vor ihrem Ehemann und auch vor Verwandten und das Gefühl hat, sie hat überhaupt keine Menschen, die immer irgendwie Trost spenden auf der Welt, eine Tortur. Also was Bridget Cleary in den Stunden, Tagen vor ihrem Tod durchgemacht hat, das kann man sich kaum vorstellen. Die muss also eine solche Todesangst gehabt haben, das ist wirklich brutal. Und wir haben hier so eine Art Exorzismus, im Grunde genommen, der aber mit einem anderen Vorzeichen natürlich versehen war. Wechselbalk ist was anderes als ein Exorzismus, aber so muss man sich das vorstellen. Es werden dann hinterher in dem Gerichtsverfahren, wird beschrieben, wie sie von vier Männern festgehalten wird an den Extremitäten, dann eben ihre Kräutertinkturen, Urintinkturen eingeflößt, auf den Körper gekippt werden, wie du gesagt hast, man hat sie auf das Ofenfeuer in der Wohnstube gesetzt. Und wir halten noch mal fest, dass die Verwandten der Priester, die sie hier besucht haben, keine Besonderheiten festgestellt hat. Die war halt an einem Infekt der Atemwege in irgendeiner Art und Weise erkrankt. Die hat gehustet und hatte Fieber und da ging es nicht gut. Das hat das Verhalten von Michael Cleary und einigen anderen ausgelöst. Es war nicht so, dass die plötzlich schizophren war, dass sie in fremden Zungen gesprochen hat. Also all das, was wir sonst so erleben, dass irgendwas umgedeutet wird, gab es gar nicht. Also der wirkliche Auslöser war im Grunde genommen die Erkrankung und dann irgendwann die feste Überzeugung von Michael Cleary und dem dann, dem Nachbarn oder aus dem Ort, der in der Nähe wohnte, dass es sich jetzt hier um einen Wechselwahl handelt. Es war sogar so, wir haben jetzt, glaube ich, inzwischen den 14. März 1895 dass es ihr dann erst ein bisschen besser ging und sie dann auch erstens die Frage, wer sie denn sei, richtig beantwortet hat. Also immer wieder gesagt hat, ich bin Bridget Cleary oder Bridget Boland mit ihrem Mädchennamen und dann in the name of God, also im Namen Gottes. Das hat sie gemacht und dann hat sie auch sozusagen die alle anderen Anwesenden richtig erkannt und am 15. März war es dann so, dass es ihr eben ein bisschen besser ging, dass die meisten auch das Haus dann irgendwann im Laufe des Tages verlassen haben und eigentlich die Welt wieder ein Stück weit in Ordnung schien. Irgendwann war es dann auch so, dass man gesagt hat, so jetzt kannst du dich anziehen, jetzt komm in die Küche und so weiter und zu dem Zeitpunkt war definitiv Michael Cleary anwesend und der Vater Patrick Boland und das waren, meine ich, auch noch zwei Helfer anwesend und Johanna Burke, die Cousine und dann haben aus einem merkwürdigen Grund heraus die Dinge einen wirklich tragischen, fürchterlichen Verlauf genommen. Die sind furchtbar eskaliert. Furchtbar eskaliert, weil Michael Cleary auf einmal absolut nicht davon überzeugt war, dass diese Rituale, die sie durchgeführt haben, auch in der Nacht zuvor, doch geholfen haben und was er dann gemacht hat, war, dass er verlangt hat, dass sie Brot isst, also dass Bridget Cleary drei Stücke Brot isst und danach sozusagen runterschluckt und dann immer die Frage beantwortet, wer sie isst und dann auch den Gott sozusagen anruft und bei zwei Stücken hat sie das geschafft, das dritte dann nicht mehr. Weil sie nichts trinken durfte. Ja, weil sie nichts trinken durfte und jetzt muss man sich mal vorstellen, also ich kenne das selber, also wenn du einen Schreck kriegst oder du Angst hast oder was weiß ich, kannst du manchmal das Gefühl haben, dass sich wirklich dein Hals komplett zusammenzieht und wenn du dann trockenes Brot essen sollst, das kriegst du einfach nicht runtergeschluckt. Das funktioniert nicht. Also es ist nicht so Und dann noch jemand, der tagelang durch die Krankheit geschwächt war auch noch zusätzlich. Wahrscheinlich hatte sie fürchterliche Halsschmerzen, sie hatte einen Husten und wenn du dann in Todesangst gezwungen wirst, trockenes Brot zu essen, bevor du was zu trinken kriegst, das funktioniert einfach nicht. Und das war dann der Beweis von Michael Cleary, dass es sich nicht um seine Frau handelt. Er hat dann im Grunde genommen das letzte Stück Brot, was sie nicht runterkriegt, er hat sie dann gewürgt, so wird es beschrieben, er hat sie auf den Boden geworfen, er hat sie mit einem Messer bedroht und dann je nachdem, welche Aussagen man liest, welche Beschreibung man liest, hatte sie auf alle Fälle irgendwann mit, er hat ja auch die Kleidung vom Leib gerissen, auch das stimmt, wird immer wieder erwähnt und hat sie dann am Ende mit Lampenöl übergossen und sie angezündet. Und es waren im Haus noch andere Personen währenddessen anwesend. Im gleichen Raum. Im gleichen Raum zum Teil, genau. Und Michael Cleary hat dann auch tatsächlich dafür gesorgt, dass diese Personen das Haus nicht verlassen konnten, weil die Reaktion von einigen war, also warum die nicht eingegriffen haben und ihnen davon abgehalten haben, sei mal dahingestellt, aber die Reaktion von einigen war, dass sie einfach weg wollten, dass sie einfach das Haus verlassen wollten. Das hat Michael Cleary dann auch verhindert. Ja, und dann hat er tatsächlich seine Frau verbrannt. In der Küche. In der Küche. Und was danach passiert, also da gibt es einen sehr, sehr detaillierten Bericht aus dem Jahr 1901 von einem Juristen namens Michael J. McCarthy. Übrigens ein irischer Nationalist, der trotzdem sehr gegen die katholische Kirche eingestellt war. Es war übrigens nicht so, dass diejenigen, die für die Home Rule waren und also alle katholisch waren, sondern auch unter denjenigen, die sozusagen ein eigenständiges, unabhängiges Irland wollten, waren einige, die sehr antikatholisch eingestellt waren. Hört man nicht so oft, aber die Grenzen verliefen da nicht ganz klar zwischen Protestanten und Katholiken. Also dieser Michael J. McCarthy hat sehr, sehr detailliert anhand von verfügbaren Quellen und Akten beschrieben, was da passiert ist und hat immer so die Frage aufgeworfen, erstens, warum hat der armen jungen Frau niemand geholfen? Warum haben die alle mitgemacht? Er sagt natürlich, weil die alle furchtbar abergläubisch waren und weil irgendwie der Priester es überhaupt nicht mitgekriegt hat oder nicht mitkriegen wollte und auch überhaupt nicht eingegriffen hat, was gegen die katholische Kirche spricht. Und er hat die Frage behandelt, war Michael Cleary tatsächlich überzeugt davon, dass er seine Frau retten will oder war es doch eher Mord und er war sozusagen bei klarem Verstand und hat seine Frau verbrannt. Und das ist tatsächlich so ein bisschen widersprüchlich, das Verhalten, weil Michael Cleary doch irgendwie einen Plan entwirft, wie man das Ganze jetzt vertuschen sollte. Also er hat sich sozusagen Helfer herangezogen, die mit ihm Bridget verscharren sollten. Er hat die anwesenden Personen instruiert, was sie aussagen sollen. Also gefälschte Aussagen, die dann lauten, es hätte einen Streit gegeben und dann hätte sich Bridget Cleary angezogen und hätte schnell was übergeworfen und hätte dann das Haus verlassen, aber quasi noch im Nachttint das Haus verlassen. Und seitdem nicht mehr gesehen worden. Das hat er aufgetragen, dass das ausgesagt werden soll. Und er selber wollte eben so tun, als sei er, es wird in diesem Bericht genannt, half mad, also außer sich zumindest und dann ja sozusagen selber eine Suche starten nach seiner Frau, was er dann auch gemacht hat letzten Endes. Kurzum, Bridget Cleary blieb einige Tage verschwunden. Man hat einige Personen, weil dann hinterher doch rausgekommen ist, dass da irgendwas im Schwange war, was nicht so ganz mit rechten Dingen zuging, die Person in ihrem Umfeld verhaftet. Aber die Leiche blieb halt verschwunden. Und irgendwann musste man dann sagen, ja sie ist vielleicht wirklich weggelaufen und jetzt vermutlich tot irgendwo in einem Graben oder wie auch immer. Und die Polizei hat dann aber zum Glück nicht aufgegeben und hat nochmal eine sehr intensive Suche gestartet. Und dann ist eben in ungefähr einer Meile, so wird es beschrieben, vom Grundstück der Clearies entfernt in einem sehr, sehr flachen Grab, also wirklich nur so oberflächlich verscharrt, die Leiche entdeckt worden, die wirklich arg verstümmelte. Ja, also mit einem Sack über dem Gesicht in Sanderweiser muss wohl, wie es beschrieben wird, sie auf dem Bauch liegend im Grunde genommen verbrannt sein. Und zwar eher so im Rücken- und Beinbereich die größten Brandverletzungen, das Gesicht eher nicht verbrannt. Man konnte sie also eindeutig noch identifizieren. Und was natürlich passiert, wenn jemand verbrennt, ist, dass sich die Extremitäten nach oben ziehen und auch der Rücken, weil die Muskeln zusammenschmelzen. Und also da findet eine Veränderung statt. Das heißt, die Beine waren gebogen und man konnte aber ihr Gesicht sehr gut identifizieren. Hat das dann auch tatsächlich im Rahmen der dann folgenden Gerichtsverhandlungen getan. Also man hat dann auch dem Gericht und ich weiß gar nicht, es wird eine Delegation beschrieben. Ich weiß nicht, ob das so eine Art Schöftengericht ist. Das habe ich jetzt in der Recherche nicht rausgefunden. Jetzt haben also aber mehrere Personen eben die Leiche von Bridget. Die Jury. Die Jury, ja, dann waren es die Schöften. Sich angeschaut und haben also gesehen, wie das Ausmaß war. Also Sorgemale, Verletzungen, Verbrennungen. Und es ist nicht ganz klar, ob sie noch bei Bewusstsein war, während sie verbrannte oder nicht. Aber sie ist definitiv an der Verbrennung dann am Ende verstorben. Und es wurden dann, du hast es gerade schon beschrieben, sehr viele Menschen zunächst mal angeklagt. Genau, also im Prinzip hat man die ganze Gruppe verhaftet. Einige dann hinterher wieder gehen lassen. Zum Beispiel der, ich meine Gary, also derjenige, der diese Zaubermedizin so bereitgestellt hat. Der wurde dann tatsächlich nicht angeklagt. Andere wiederum wurden durchaus verurteilt. Zum Teil wegen Totschlags. Also John Dunn zum Beispiel. Ja, Moment, der ist nicht wegen Totschlag verurteilt worden, sondern der ist wegen Körperverletzung verurteilt worden. Ach, Entschuldigung. Ja, natürlich. Wounding, genau. Also sieben der Personen, die angeklagt wurden, wurden wegen Körperverletzung angeklagt. Und Totschlag ist insofern in deinem Kopf drin gewesen, weil das nämlich das ist, was Mike Cleary dann bekommen hat. Ja, und das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Also man hat ihm offenbar nicht nachweisen können, dass es wirklich Cold-Blooded Murder, also wirklich Mord gewesen ist, der geplant war. Also seine Absicht, das hat das Gericht wohl anerkannt, war es nicht, seine Frau Bridget Cleary umzubringen, sondern man hat gesagt, okay, es war Totschlag. Und dieser Aberglaube, der dahinter steckte, dass sie also ein Wechselbalk angeblich gewesen sei, das hat man irgendwie zumindest im Urteil berücksichtigt. Genau, und verurteilt wurde. Also er wurde dann zu 20 Jahren Zuchthaus erst mal verurteilt, ist dann nach 15 Jahren freigekommen und ist dann relativ schnell nach Kanada ausgewandert, Michael Cleary. Interessant ist, dass die vier Brüder ihrer Cousine Johanna... Er war, glaube ich, 35 zum Zeitpunkt des Gerichtsverfahrens. ...dass die vier Brüder von Johanna verurteilt worden sind. Und der Vater von Bridget ist verurteilt worden und auch eben der Nachbar John Dunn. Und man hat tatsächlich dann Mary am Ende dann doch laufen lassen. Also die Mutter von Johanna, die hat man laufen lassen, weil man gesagt hat, die alte Frau, die sollte man nicht mehr bestrafen. Und die sind unterschiedlich zwischen sechs Monaten und fünf Jahren Zuchthaus verurteilt worden. Also relativ drastische Strafen in diesem Fall. Das hat natürlich Bridget Cleary auch nicht mehr zurückgeholt. Strafen aber, die dem McCarthy wiederum im Jahr 1901, als er darüber schreibt, nicht weit genug gehen. Also er sagt schon, das sind sehr bemerkenswert milde gewesen, diese Strafen. Und jetzt können wir im Grunde genommen, also das dann das tragische Schicksal, natürlich ist sie dann nochmal vernünftig beigesetzt worden, Bridget Cleary und gilt so, als die letzte verbrannte Hexe Irlands. Da muss man sich jetzt drüber streiten, wenn man die Geschichte gehört hat, dass diese Tagline, die gerne benutzt wird, ja eigentlich nicht korrekt ist oder falsch ist eigentlich. Er hielt sie für einen Wechselbalk. Er soll nach Zeugenaussagen zu hören gewesen sein, an einem Punkt, als er sie als Hexe bezeichnet hat. Also da hörte man Schreie aus dem Haus und dann hat er sie als Hexe bezeichnet. Aber im Grunde genommen ist der Aberglaube, der dahinter steckt, doch ein leicht anderer. Dieser Fall hat aber auch politische Konsequenzen gehabt und zwar relativ harsche, denn wir befinden uns ja in einer Zeit, in der Irland eigentlich unabhängig werden wollte oder es Bestrebungen gab vom United Kingdom sich loszusagen. Und dieser Fall, dieses Ereignis ist genutzt worden für Propaganda, weil man gesagt hat, naja, guck mal, was da passiert in Irland. Zum Teil wurde der Begriff Hottentotten benutzt, ein ganz, ganz abwertender Begriff natürlich. Und das war eine der Argumente dafür, dass man Irland auf keinen Fall dem Home Rule, also der Unabhängigkeit übergeben konnte, sondern dass hier natürlich Großbritannien eingreifen muss und weiter steuern muss. Also die Stimmen besagten im Prinzip, dass Irland nur dann sich positiv weiterentwickeln kann und erblühen kann, wenn man diesen alten Aberglauben ablegt. Christliche Werte auf jeden Fall. Ob man dann wie McCarthy sich trotzdem gegen die katholische Kirche wendet oder den Katholizismus für die geeignetere Religion hält, sei dahingestellt. Auf jeden Fall musste aus Sicht dieser kritischen Stimmen der alte Aberglaube über Bord geworfen werden. Und es ist ja nun tatsächlich nicht zu leugnen, dass wir hier eine Gruppe von Menschen haben, die vor dem Hintergrund des Aberglaubens, und ich höre jetzt schon die Stimmen im Hinterkopf, die sagen, ja, aber Exorzismus in der katholischen Kirche. Ja, stimmt, aber wir reden hier tatsächlich über einen speziellen Fall von außerkirchlichem Aberglauben. Die sozusagen diesen Aberglauben als Hintergrund genutzt haben, um einen Menschen zu foltern und letzten Endes zu töten. Und dass man das natürlich sehr kritisch bewerten muss, steht für mich zumindest außer Frage. Vielleicht auch noch mal ganz kurz zu dem Moment, weil du das ansprichst. Ich habe kürzlich noch mal in einem Gespräch erfahren, was ich sehr, sehr spannend fand, dass es nach wie vor ja eine Ausbildung zum Exorzisten gibt innerhalb der katholischen Kirche, was ja zunächst mal auch befremdet. Die Aussage ist hier aber, es ist gut, wenn immer in der Nähe quasi sich ein katholischer Exorzist befindet, den man dann kontaktieren und anrufen kann, wenn man auf die Idee kommt, dass da jemand vorstellt, als wenn das jemand feldweise und wiesenmäßig macht. Denn diese Formen von Austreibungen, sei es jetzt hier Wechselbergaustreibung oder dämonische Austreibung, die solche Schäden verursachen, sind ja nicht mehr die Regel. Und ein modern ausgebildeter Exorzist der katholischen Kirche würde jetzt auch erst mal zunächst anders eventuell vorgehen und natürlich auch im Rahmen seiner Ausbildung auch psychische Faktoren gelernt haben, die es zu berücksichtigen gilt. Das heißt, das ist schon fast sowas wie auch ein Schutzmechanismus. Besser wäre es, wenn man käme ganz ohne aus, bin ich völlig dabei. Aber auch das muss man mal sagen, dass gerade hier auch in Deutschland, es gibt Exorzisten in Deutschland, die sind aber auch dafür da, dass wenn jemand ganz aus dem Ruder läuft, da Menschen auch wieder eingefangen werden. Es gibt übrigens auch eine Hoxhiller-Folge zum Thema Exorzismus. Das müsst ihr jetzt aber selber nachgucken, welche Nummer das ist. Die habe ich auch gar nicht im Kopf. Ist ja auch wurscht. Aber es gibt sie auf jeden Fall für alle, die sagen, aber, aber Exorzismus. Da gibt es ganz schlimme Fälle. Genau, das möchten wir auch nicht irgendwie beschönigen. Worum haben wir stehen geblieben. Genau, und es ist immer so die Frage, wie man ein kulturelles Erbe bewertet. Dass der Fehlenglaube und die kulturellen und auch erzählforscherischen Stoffe, die damit zusammenhängen, bis heute bewahrt werden, ist sicherlich hoch zu achten. Und das ist ja nun mal wirklich Teil auch gerade der irischen Kultur. Und da sollte man natürlich auch vorsichtig sein, sozusagen so etwas schlecht zu reden oder gering zu schätzen. Was natürlich schwierig ist, wenn in solchen Fällen wie diesem hier der Aberglaube so überhand nimmt, dass er zu Gewalt führt. Das ist natürlich immer sehr, sehr schwierig. Das heißt also, die Balance zwischen Achtung der kulturellen Traditionen und trotzdem einer kritischen Bewertung solcher Auswüchse eines Volksglaubens ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Aber ich denke, in dem Fall sollten doch die kritischen Stimmen überwiegen im Fall Bridget Cleary. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und haben wir ja schon angedeutet, beschäftigt die Gemüter fast bis heute. Also es gibt auch heute in der Popkultur noch Niederschläge dieses Motivs Bridget Cleary. Und es gibt auch noch Bücher, auf die wir hinweisen müssen. Eins habe ich angelesen, das will ich auch auf jeden Fall noch zu Ende lesen, nämlich The Burning of Bridget Cleary von Angela Burke. Ich meine, das ist irgendwie aus den 90ern. Ich meine, es ist sogar aus dem Jahr 1995. Müsste ich jetzt aber noch mal genauer nachgucken. Und dann gibt es noch The Cooper's Wife is Missing von Joan Hoff und Marian Yates. Das ist genau, achso, beide sind von 2000. Genau, okay. Das heißt also, das sind Bücher, die man auf jeden Fall in dem Zusammenhang empfehlen sollte. Und dann gibt es natürlich noch in der Popkultur einen Niederschlag, den vielleicht irische Kinder bis heute kennen, nämlich den Reim Are you a witch or are you a fairy or are you the wife of Michael Clary? Also, das sagt man eventuell bis heute. Beim Springseilspringen oder bei solchen Spielen wird es diesen Spruch geben. Es gibt noch einen weiteren Aspekt, der durch die Serie Law auf Amazon Prime, kann man die unter anderem gucken, hinzugekommen ist. Da wird die Geschichte von Richard Clary in den Kontext des Capgras-Syndroms gestellt. Was ist das Capgras-Syndrom? Ist eine extrem seltene Form von Schizophrenie vielleicht, so könnte man es formulieren. Das ist tatsächlich das Erkrankungsbild, dass Menschen plötzlich davon ausgehen, dass ihnen ganz, ganz nahestehende Menschen ausgetauscht worden sind durch Doppelgänger, die genauso aussehen, aber sie sind eben nicht mehr die Menschen. Das geht soweit bis zu Ehepartnern, die ausgetauscht worden sind. Und in der Serie Law beginnt das im Grunde genommen mit einem ganz modernen Fall, wo ein junger Ehemann beim Joggen seine Frau umbringt, weil er der festen Auffassung ist, dass sie ausgetauscht worden ist. Und dann schlitzt er ihr die Kehle auf, weil er dann aber auch den Wechselpark möglichst mild töten möchte. Ob jetzt tatsächlich das Capgras-Syndrom bei Michael Cleary eine Rolle gespielt hat, kann man natürlich nicht mehr beantworten. Benannt übrigens nach Joseph Capgras, einem Franzosen, der das entdeckt und beschrieben hat. Interessant ist hier einfach nur der Effekt, dass man früher geglaubt hat, dass Menschen, die am Capgras-Syndrom leiden, generell Menschen nicht mehr erkennen können. Also dass da der Mechanismus im Gehirn geschädigt ist, der dazu dient, dass wir Muster erkennen, dass wir Menschen zuordnen können. Und hier ist es eher so der Fall, dass das noch sehr gut funktioniert, weil sonst würden sie ja gar nicht erkennen, dass der Doppelgänger so aussieht, wie der Ehepartner zum Beispiel. Es gibt aber, und das sind so weitere neuere Studien, die es dann gegeben hat, wohl zwei Mechanismen. Es gibt zum einen die reine Mustererkennung, die uns sagt, gegenüber sieht aus, wie, und dann gibt es noch mal so etwas wie eine emotionale Repräsentation des Menschen in uns drin, im Kortex. Und da ist es dann wieder das Zusammenspiel des frontalen Kortex, also das, was wir so im Stirnbereich haben und dann der gesamten Hirnmasse, die wir haben, was uns zum einen das Muster erkennen lässt und dann eine Verbindung auch zu der emotionalen Persönlichkeit, die wir ja in uns tragen. Also wir haben ja Menschen mit ihren Persönlichkeiten in uns geschweichert, so wie wir sie kennen, so wie wir sie wahrnehmen und das sind natürlich nur Repräsentanzen, das sind ja nicht die echten Menschen. Ich glaube, ganz viele kennen so den Spruch, ich erkenne dich gar nicht wieder. Genau, weil sich plötzlich anders verhalten. Sich mal verändert haben und die emotionale Repräsentanz, die wir dann haben, nicht mehr zu dem passt, was das gegenüber erzählt und das ist ein Mechanismus, der hier gestört ist, das ist extrem selten, deswegen natürlich auch wiederum nicht so gut erforscht. Das gab Gra-Syndrom, wir werden euch das mal verlinken, zwei Artikel dazu, da ist der englischsprachige Artikel deutlich ausführlicher als der deutschsprachige Artikel in der Wikipedia zum Beispiel und es gibt verschiedene Erklärungsmodelle und bei fast allen liegt eine schizophrene Grunderkrankung vor und dann gibt es aber auch sehr deutliche Hinweise darauf, dass es organische Schäden tatsächlich dann auch gibt, die also die Vernetzung im Gehirn, sage ich mal, bestätigt haben, die zum Cap-Grasyndrom und damit dann verbunden später auch zu schizophrenen Symptomen führen. Es ist jetzt für mich etwas, was so auf dem Papier, so wie das bei der Serie Law gemacht wurde, das Verhalten von Michael Cleary sehr gut beschreibt im Grunde genommen, weil er sagt ja, das war nicht wer meine Frau, obwohl sie genauso aussah. Wobei er hinterher trotzdem gesagt hat, ich wollte das nicht. Also nach Protokollen. Ja und was eben nicht dazu passt, ist, dass er überhaupt gar nicht als verhaltensauffällig beschrieben worden ist. Also gerade auch bei einem Gerichtsurteil mit Familie und Nachbarn, wenn das jemand gewesen wäre, der grundsätzlich schon an einer schizophrenen Erkrankung gelitten hätte. Wir haben ja so ein wenig in die Gerichtsakten auch hineingelesen, das was man so im Netz erstmal schnell bekommen konnte. Ich habe da jetzt keinen Hinweis darauf gelesen, dass er auch nur im Ansatz als psychisch erkrankt beschrieben wird. Insofern wäre das Cap-Grasyndrom ein mögliches Erklärungsmuster und wie gesagt in der Fernseher und in dem Podcast Law ist das so der Schluss, der gezogen wird. Da wäre ich eher vorsichtig und sage eher, das könnte gut passen, aber es wäre auch nur ein Erklärungsmodell dessen, was passt. Deswegen, ich will nur sagen, dass man jetzt nicht auf den Gedanken kommt, dass diese Wechselbaldgeschichte immer daraus entsteht, dass Menschen am Cap-Grasyndrom gelitten haben. Dazu sind die Fälle auch, also sagen wir mal so die dazu überlieferten Sagen und Vorstellungen zu tiefer wurzelt, dann müsste das viel, viel häufiger vorgekommen sein, wenn alle Fälle darauf zurückzufinden. Exakt, ich glaube viel entscheidender ist hier eine Veränderung der Persönlichkeit durch andere Gründe. Wir haben es ja jetzt vorhin schon mal gesagt, also bei Schwangeren, die dann ein Kind bekommen, die Wochenbettdepression zum Beispiel eine drastische Persönlichkeitsveränderung ist. Warum freut die sich denn nicht, dass die mein Kind bekommt? Also das sind so Dinge, die da vielleicht eher reinspielen als das Cap-Grasyndrom. Ich will das nur einfach einmal antexten, weil es gibt sehr, sehr viele sehr abgefahrene psychische Erkrankungen oder Phänomene. Wir haben ja selber vor ganz kurzer Zeit darüber auch eine Folge gemacht über das Gedächtnis und auch das Cap-Grasyndrom ist hochspannend. Ich würde es aber tatsächlich aus meiner Sicht heraus nicht als Erklärungsmuster für die Eigenz und Bridget Cleary heranziehen. Nee, zumal du ja auch damit dann nicht erklären könntest, warum das so weite Kreise gezogen hat und sozusagen durch den großen Bekannten- und Verwandtenkreis der Clearies noch getragen wurde. Da spielen sicherlich traditionelle Feenvorstellungen irgendwie die größere Rolle und der Aberglaube, der dahinter steckt. Aber der Fall ist hochspannend und man kann ja daran ablesen, dass wir hier fasziniert sind und uns gedanklich eine ganze Weile damit beschäftigt haben, die verschiedenen Szenarien sozusagen durchgespielt haben im Kopf, wie spannend solche Fälle sind und wie wichtig es sogar heute noch ist, sich mit solchen Dingen auseinander zu setzen und mit der Frage, wie weit sollte man Menschen einfach ihre traditionellen Vorstellungen und ihren vielleicht auch Aberglauben belassen und ab wann wird es gefährlich? Also das ist ja auch eine ganz spannende Frage, die wir in anderen Folgen und auch bei den Ferngesprächen immer wieder besprochen haben. Wann sind ganz individuelle Vorstellungen, die ja jeder haben darf, noch okay und wann wird es dann wirklich so, dass man sagen muss, okay, bis hierhin noch nicht weiter, da müssen wir gegensteuern. Deswegen ist ja eine Welt ohne Aberglaube eigentlich für mich persönlich die bessere Welt und damit wäre dann auch eine Welt ohne Dämonenbeherrschung und Exorzismen gut, aber wenn es dann immerhin Menschen gibt, die dann heutzutage nicht mehr mit Urin oder anderen Dingen anderen Menschen Folter zukommen lassen, die unter Umständen an einer psychischen Erkrankung leiden, weil sie das von der katholischen Kirche gelernt haben und so eine Art Wellenbrecher für diese abergläubischen Strukturen sind, ist das schon mal auch immer noch besser, weil es wir noch genug Menschen unter Umständen haben, die an sowas glauben. Also so bitte ich das auch zu verstehen. Besser ist, wir haben irgendwann gar keine Exorzisten mehr, weil wir wissen, warum Menschen manchmal anders sind. Genau und so meine ganz persönliche Wahrnehmung ist halt, dass ich solche Geschichten, also nicht die von Bridget Cleary, aber Feengeschichten überhaupt, alles was mit Sagen und Sagenwesen zu tun hat und Märchen natürlich wunderbar finde und ich bin sehr, sehr froh, dass es Volkserzählungen gibt in der Form und Überlieferungen. Ich finde es halt immer nur erschreckend, wenn und erst recht heute, wenn Menschen an sowas glauben und fest davon überzeugt sind, dass so etwas real ist. Da hört es bei mir dann natürlich persönlich auf. Ja, damit wollen wir es mal belassen bei der sehr tragischen Geschichte von Bridget Cleary. Wir haben da das Thema Wechselbike nochmal sehr schnell aufgegriffen. Das ist ein Thema, was du ja seit langer Zeit mal behandeln wolltest. Ja, das hätte man jetzt auch noch detaillierter machen können, aber ich glaube, dann wäre das sehr ausgeufert. Da hätten wir noch über die Märchen der Bruder Grimm reden können, wo Wechselbälle eine Rolle spielen und all diese Geschichten. Und die Frage ist, denn Rumpelstiel sind auch jemand, der eigentlich eine Wechselballkette haben wollen, wenn er das Kind der Königin erfordert. Vielleicht ein andermal in einer der weiteren Folgen. Mich würde jetzt allerdings mal diese Geschichte mit der Fluggesellschaft ein bisschen, weil da haben wir gar nicht vorgesprochen drüber. Ich weiß es jetzt nämlich auch nicht, ob es stimmt oder nicht. Ja, die Geschichte von der Fluggesellschaft, die Ehefrauen umsonst mitfliegen lässt und dann hinterher nachfragt, ob sie auch dieses Angebot wahrgenommen haben und die Frauen dann zu 90 Prozent bei der Befragung sagen, welche Flugreise? Ist eine Urban Legend. Also es ist, tut mir ja fast leid, das sagen zu müssen, aber es ist so ein Klassiker, der schon bei Harold Brunwand besprochen wird, scheint aber tatsächlich sich so entwickelt zu haben in der Frühzeit der Fluggesellschaften, also tatsächlich auch so in den 40er Jahren und dann natürlich erst in diesem Kontext kursiert zu sein und hat dann aber später als moderne Sage Eingang in die breitere Öffentlichkeit gefunden und ist dann auch entsprechend weitergegeben worden, so als kleine angebliche Anekdote aus der Frühzeit der privaten Flugreisen, aber es stimmt halt nicht, aber irgendwie lustig. Ich kenne solche Geschichten aus der Erwachsenenfortbildung, wo es dann darum ging, dass Leute auch kostenfrei von der Industrie, egal in welchem Kontext, zur Fortbildung eingeladen wurden und dann gefragt wurde, bringen sie eine Begleitung mit und wenn ja, ist es ihre Ehefrau oder nicht. Oh wei, oh wei, das ist wirklich so. Ich bin gerade jetzt am Zweifeln, so kenne ich die Geschichte, dass man diese Einladung früher so verfasst hat mit einem zusätzlichen Häkchen, ist nicht meine Ehefrau, vielleicht ist aber auch das nur eine Urban Legend mit der Moral, das Geschäftsleute ja auch mal gerne ohne ihre Ehefrau und vielleicht mit der Sekretärin irgendwo hinfahren, man weiß es nicht. Also wenn jemand von euch da draußen dazu eine Information hat, dazu eine Quelle hat, dann immer her damit und sind ja voll gepostet. Aber auch hier kann man ja nochmal ganz kurz sagen, bei der Urban Legend ist es ja gar nicht entscheidend, ob sie stimmt oder nicht oder ob sie schon mal stattgefunden hat, sondern im Wesentlichen ist es ja das moralische Gebilde, was natürlich durch diese Geschichte vermittelt wird und dabei ist es dann wurscht, wie oft das tatsächlich vorgekommen ist. Also wir verlinken ja den entsprechenden Artikel auch zu dieser modernen Sage, diesmal gefunden bei Snopes.com und es hat wohl aber wirklich Jahrzehnte später tatsächlich mal eine Werbung gegeben, wo Frauen auf dem Werbeplakat irgendwie ihre Männer bitten, sie auf die Flugreise mitzunehmen, aber dann halt nicht mit so einer Befragung hinterher und der Frage, waren sie denn wirklich dabei oder war es die Geliebte? Also ja. Damit kommen wir zum Ende der 270. Episode von Hoaxilla. Hier noch der Hinweis für allejenigen, die uns auf YouTube hören. Ihr werdet ja auch immer eine größere Gemeinde. Das freut uns sehr, wenn ihr euch immer wundert, was sind diese Ferngespräche, über die beiden immer reden, diese White Mics Specials. Wir werden da jetzt meinen Link auch hinsetzen, dass ihr die findet. Da gibt es nämlich auch noch ein kleines Video, was das alles erklärt, weil die Videoinhalte der Ferngespräche, der White Mics Specials, an denen wir beteiligt sind, die sind nicht bei uns auf dem YouTube-Kanal zu finden. Anders als bei denen, die uns bei einem Podcatcher ihrer Wahl, bei Spotify, bei iTunes, bei Podimo, bei was weiß ich, wo wir überall inzwischen eingetragen sind, hören. Da sind die Ferngespräche im normalen Podcast-Feed als Audio mit enthalten. Wir wollen uns auch heute wieder am Ende dieser Episode bedanken bei all denjenigen, die uns unterstützen, bei Patreon, die uns einen Dauerauftrag eingerichtet haben, über PayPal, die uns Sachen von der Wishlist klicken. Das freut uns alles ganz, ganz doll. Ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an euch da draußen. Genau, furchtbar sehr, dass ihr das alles tut. Wir wissen das sehr, sehr zu wertschätzen. Es erleichtert die Arbeit und wir haben im vergangenen Jahr sehr viel dieser Mittel in Technik investieren können, von Internetseite und Mail und allem anderen, was man gar nicht sehen kann, mal abgesehen auch wirklich in physische Technik, die wir uns leisten konnten. Und das hilft sehr, sehr, sehr bei unserer Arbeit und dafür ein großes Dankeschön. Und ihr macht vor allen Dingen möglich, dass diejenigen, die das nicht irgendwie unterstützen können, die auch unsere Inhalte hören können. Das ist ein schönes Gefühl. So, jetzt sind wir am Ende. Bleibt bitte gesund und natürlich immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Der Huxella-Podcast ist kostenfrei und wird das auch immer bleiben. Damit das gelingt, könnt ihr uns bei der Produktion unterstützen. So wird das schon viele, viele andere tun. Vielen Dank dafür. Das geht ganz einfach. Durch einen kleinen Dauerauftrag auf unser Geschäftskonto oder zum Beispiel über PayPal. Wie das genau funktioniert, findet ihr auf unserer Homepage unter dem Punkt Unterstützen. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info-at-oxella.de Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, Leute.